Es ist zwölf drinne und hier ist ein dreizehn drinne. Ähm... Gut... Es... Ah... Hm... Okay... Sind's denn hier Sachen? Kommen jetzt ein bisschen weniger rein. Hm... Beziehungsweise die Heilsachen. Kirsche ist übrigens Schlange fertig. Äh... Sollte ich eigentlich hier hinbauen? Was wollte ich dort hinbauen? Hm... Kein Schimmer. Aber ich könnte hier irgendwo... So ein kleines Feld inbauen. Da eine Prübe draufsetzen. Und dann... Wird da ganz schnell so ein Feld draus. Jetzt... Und dann legen die nämlich auch jetzt Sachen dort ab. Und laufen die erstmal hier zehn Kilometer... durch die Pampa... durch die Pampa... Ich hab ja jetzt ein paar Arbeiter... Okay... Ja... Feuerhals... Geht, geht... Alles in Ordnung. Durch die zusätzlichen Loks, die ich jetzt bekomme... Durch... Den hier... Ja... Ist das alles ein bisschen... Geht... Hm... Also wir haben eigentlich viel geschafft... In der... Auf der Mesechen... Sag ich jetzt mal so... Wir haben jetzt... Hier das fertig gebaut... Hier was drangebaut... Ein paar gestorben... Hier sind... Ein paar... Kirche... Hier das gebaut... Das ganze Ding... Ähm... Mit sorgfälliger Planung... Ähm... Ja... Und... Eine... Seuche... Wo ist sie? Wo ist sie? Komm... Das können wir nutzen... Ein paar Häuser bauen... Weil das gerade zu langsam läuft... Meld ich... Äh... So... Komm... Nimm ich immer noch einen Weg... Widerspruch... Ne... Jupp... Nice... So... Oh... Hier... Da ist unser Kranker... Okay... Ich habe gesehen... Mehr brauche ich nicht... Ja... Ist doch nicht zu langsam... Wenn ich mit... Zweifacher Geschwindigkeit... Ne... Ne... So... Die beiden sind ein bisschen... Voll noch... Okay... Äh... Leer... Ich hoffe mal... Die tun langsam wieder ihre... Ganzen... Hätte er gefehlt... Na... Korinzisner... Der hat nicht viel... Hat er nur... Wolle... Oder eigentlich fürs... Gar nichts... Wissen ich ob das... Eingerechnet wurde... Häuser... Eigentlich müsste ich ein paar Häuser bauen... Ne... Zum Beispiel... Hier... Und dann baue ich das so... Gucken ob das so ausreicht... Wenn ich hier ins... Und dann... Ah... Es wird knapp... Ne... Das... Wird nix... Schade... Aber ich könnte das... Irgendwie... Ein bisschen... Ausschmücken... Die Notlage... So... Ich meine... Da hat hier so ein kleines... Ein kleiner Platz... Die Kirche... Und... Ach... Hier habe ich gar nichts rum gebaut... Ne... Mag ich grad... Hm... Hm... Ja... Müsste mal sehen wie ich das hier baue... Und... Ist wieder hin mit umgefallen... Ach... Das ist doch schrecklich... Hm... Ne... 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 Cool... Es geht... Ich meine... Es geht schon... Ja... 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 Tomaten... Bringen die alles schön gut ran... Hoffentlich... Deswegen brauche ich auch die ganzen Häuser... Ja... Dass die alles schön für den Marktplatz nehmen... Äh... Jetzt haben jetzt drei Kranke... Übrigens... Äh... Drei Patienten... Nicht schön... Nicht schön... Nicht schön... Neben der Schule... Im Krankenhaus... Naja... Es ist... Hat halt so gepasst, ne... Hat halt so gepasst... Hm... So... So... Was brauche ich? Hier habe ich Schafe gemacht, ne? Jo... Brauche ich hier... Rinder... Und hier wieder Schafe... Okay... Die tue ich aufspitten... Die kommen hier rein... Nice... Und... Die... Äh... Ja... Müsste ich eigentlich auch aufsplitten... Hier sind wir noch vom Schafe rein... Ja... Gut... Tun wir die halt aufsplitten... Gut... Ähm... Das Ding ist nicht mal ansatzweise voll, ne... Ha... So viel Leute... Promogonet... Ach... Ich müsste eigentlich eine Aufnahme... Oh mein Gott... Müsste eigentlich echt eine Aufnahmebase machen... Sonst... Verlängert sich das Ganze hier... Ich hoffe mal die Wege sind... Gehen gut... Hm... Hm... So... Hier kann ich ja kein Haus... Pin bauen... Leider... Äh... Eisen hat er... Eisen hat er... Ey... Das verstehe ich nicht... Wie kann der Eisen bewirtschaften... Hat der irgendwas weggemacht... Oder... Äh... Verstehen soll man das nicht... So... Hm... Hm... Ich hab halt echt... Komplette... Die Grafik von der Population... Viel mehr... Deutlich mehr... Und... Unser Essen reicht aus... Aber... Ja gut... Oh... Produziert... Hm... Okay... Ja gut... Ich hab deswegen weniger produziert... Weil das weniger geworden ist... Und jetzt ist das weniger geworden... Ähm... Und hier... Also ich hab Schafe... Rinder... Schicken... Hühner... Ich könnte ja Hühner dort rein tun... Es wäre... Was bringe ich die Hühner? Hm... Eigentlich schon essen, ne? Haier... Und... Äh... Hühnerfleisch... Äh... Ja... Hm... Gehe... Warum nicht... Äh... Äh... Was machen der... Er läuft über ein Feld, hm? Kann der nicht sein... Er arbeitet... Sehe ich zwar nicht... Aber... Okay... Hm... 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 .. Ja gut... Warte, nicht zu schnell, aber so, jetzt. So, speichern das Ganze und ihr habt es erraten, wir machen eine Aufnahmepause und das mit einer etwas Überzeugung von 15 Minuten pro Folge. Also so ungefähr, wahrscheinlich kommen dann 17, 18 Minuten raus pro Folge. Ja, und dem Überzeuger sage ich jetzt, ah, ich wollte, nee, warte, 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 ich sage einfach mal Achievements, ah, Sediment, which population of 300 people, äh, also Einwohner, so das sind, äh, 500 haben wir ja, glaube ich, schon auch geschafft, also zu 600 ist nicht viel, zu 900, 900, also das ist ja fast das Doppelt, äh, Ja, äh, es wird jetzt noch ein guter Rutsch, also ich denke mal, ich versuche alle Archivements zu machen, also außer die, die irgendwie mit Zeit ist, äh, zum Beispiel, Ja, könnt ihr gerne reinschreiben, wie das so ist, äh, Achso, nee, 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 ich solle, volle, volle Schulhäuser haben oder was, ist ja blöd, hä, für vier Jahre, mit 200, nee, hm, verstehe ich nicht, äh, ja, Amointment, äh, 50 von, ähm, mainten, äh, maintain Ach, ja, äh, geborgen, okay, äh, fill be det, last 500, 400- триben��뽀bar, 버�, brobar, isolation, wieder auf bzw. building, äh, trading post, Gräbenbord, Isolation wieder auf Building a Trading Post oh, ok das schafft man nicht so wirklich also die Sachen zum Beispiel, die schaffe ich ja nicht mehr weil ich schon längst sowas gebaut habe, wisst ihr aber ich meine, ich würde es schon gerne schaffen was ich schaffen könnte mit dieser Stadt zum Beispiel das, das, bei dem bin ich noch nicht so sicher also Schiffer ich meine, ich habe ja, ich baue ja mal Schulen, dass die halt so schön vorwärts kommt deswegen wird es dann auch nichts das würde vielleicht funktionieren, wenn ich noch ein paar Kippe dazu baue ähm, Master Trader Singletown hui ja gut, das wird auch schwierig Export wird auch schwierig Fire Fighter Bullet 20 Feuer habe ich ausgemacht, glaube ich also, ich meine, das gibt es bei mir nicht, glaube ich, ne äh, weil ich es einfach gemacht habe, oder ja, ne Livestock Builder Town das kann in 60, keine 180 Schicks ok also 180 Schicks baue ich, ich denke mal, ich baue dann hier noch vielleicht noch was daneben nochmal schicken äh, das wird dann vielleicht auch cool hm, dann könnte ich es sogar auch erreichen äh ach so, ich soll verschiedene Typen von Sachen anbauen in einem Jahr in einem Jahr ok oder Bäume hä ach so ja acht von denen verschiedene Sorten und acht verschiedene Bäume Sorten ok äh, von den Bäumen habe ich glaube ich noch zwei gepflanzt weil das mir nicht so viel war halt persönlich braue ich ja nur was für mein äh für das Apfelwein und so oder die Apfelblattach braue ich ja noch ja meinten äh, zwei Quarters Quelles mit 30 Vorkers each für drei Vorkers ok das konnte ich noch ach ne, Vorkers hm hä ne, warte mal meinten zwei Quelles ach so, ne doch das kann ich erreichen also ich habe ja nur 30 maximal weißt du zurzeit die drei Vorkers bestimmt bald also habe ich bestimmt bald erreicht mal gucken äh Produst 10.000 mit äh 100 Jahr Periode 10.000 Reisen äh das will ich nicht ich glaube nicht dass ich es schaffe weil ich habe ja schließlich eine Pause gehabt zwischendurch äh mit 50 Units lang aha mein Gott ein Gatebridge äh 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 weiß ich nicht genau äh mal gucken äh 200 Numets into a single town heißt es jetzt dass ich Häuser lose haben soll 200 Stück in einer Stadt oder wie sehr blöd äh bauer äh äh hm mit 3 4 Markets 5 was bedeutet 2 Italian Posts ähm also ich glaub mindestens ne soll das sein das 100 Tonnen wäre ja machbar ne mit der Population von 300 after 100 years ok ich hab's schon hm so lange will ich auch nicht brauchen dann müsste ich ja 10 mal Geschwindigkeit machen ne ganze Zeit ja gut ich glaub das hm ich glaub da wird's sogar noch da aus der Lenk aus der aus der wird's wahrscheinlich noch ne eigene Folge dann werden die ganzen Folgen nicht ganz so Überlänge haben ja und deswegen sag ich euch mal tschüss bis zum nächsten Mal und ich hoffe es hat euch gefallen und äh schöne Kommentare schreiben ja schöne einfach Kommentare schreiben ist egal äh also ist nicht egal aber ich mein über Kritik wäre schon gerne mal was zu hören gerade bei Benicht hab ich eigentlich fast noch nie was gehört also bei Space Engineers hab ich nicht mal halb äh nicht mal nicht mal die Hälfte von Videos und da krieg ich mehr Kommentare darunter wahrscheinlich was doch beliebter ist aber trotzdem warum nicht bei Benicht schreib mir gerne Kommentare warum nicht ja cool ja also hm also tschüss bis zum nächsten Mal ne also tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020